Wir machen weiter, Ordnungspunkt 15, Finanzierung von Mehrkosten der Baufarben der WID Dresden GmbH. Und da liegt mir zunächst ein Ergänzungsantrag der SPD vor, der könnte jetzt eingebracht werden. Bitte schön, Herr Trefs. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein, freie Wähler, freie Bürger würden beginnen. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen ja festhalten, dass wir insgesamt gerade eine sehr prekäre Situation für den Wohnungsbau in dieser momentan krisenhaften Situation haben. Das betrifft alle Unternehmen im Land, die Wohnungen bauen. Da treffen Baukostensteigerungen, die durch die Decke gehen und Lieferkettenprobleme auf Zinssteigerungen am Kapitalmarkt. Und natürlich schlägt auch der Fachkräftemangel insbesondere bei den Handwerksbetrieben und den ganzen Betrieben, die sozusagen die einzelnen Bauleistungen übernehmen, durch. Und die geben nicht mehr so viele Angebote, beispielsweise eben auch auf Ausschreibungen der Stadt, ab. Und es wird zunehmend schwerer innerhalb der Kostenrahmen, die wir auch als Kommune haben, da dann Aufträge zu finden, damit Bauleistungen ausgeführt werden. Insgesamt für den Wohnungsbau ist diese Situation und diese vier Elemente, die da gerade eben zusammenkommen, glaube ich schon fast als worst case zu bezeichnen. Und das trifft natürlich auch auf die BID zu, beziehungsweise hat das natürlich auch Auswirkungen auf die BID. Die hat reagiert, aus meiner Sicht hat die richtig reagiert, indem jetzt die Ansage war, in diesem Umfeld kann man erst mal nicht wirtschaftlich verantworten, weitere geplante Wohnungsbaustandorte an den Start zu bringen und neue Baustellen zu eröffnen, weil man nicht seriös kalkulieren kann, zu welchen Kosten und in welchem Zeitrahmen man diese Baustellen tatsächlich auch fertig kriegt. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir in dieser momentanen Situation nicht die Stopptaste für den sozialen Wohnungsbau drücken, sondern maximal die Pausetaste. Und dass wir auch zusehen, diesen Weg oder diese Zeit jetzt, wo es tatsächlich schwer ist, neue Wohnungen zu bauen und das Ganze seriös zu finanzieren, nutzen, um nicht komplett aus diesem Bereich auszusteigen. Deswegen ist es richtig, den Plan zu verfolgen, die Baustellen, die jetzt schon angefangen wurden und die Häuser, die jetzt schon gebaut werden, dort die Baustellen zu Ende zu führen, damit wir keine Investruinen rumstehen haben oder halbfertige Gebäude. Und dann gehen ja auch keine Wohnungen an den Start. Deswegen ist es richtig, die angefangenen Baustellen fertig zu machen. Und ich persönlich finde es auch sehr richtig, die Planungen für weitere Wohnungsbauvorhaben, die schon begonnen wurden, bis zu einem Punkt zu bringen, wo Baurecht geschaffen wird und sie dann erst mal liegen zu lassen, bis sich die Gesamtsituation und die ganze wirtschaftliche Situation wieder ein bisschen entspannt hat und wir dann eben wieder auf die Starttaste drücken können und eben nicht da weitermachen, wo wir heute stehen, sondern da weitermachen, wo man sinnvoll weitermachen kann, nämlich mit aufbauend auf das Baurecht dann in Ausschreibungen zu gehen und tatsächlich diese Baustellen zu öffnen. Deswegen kann man aus unserer Sicht, aus Sicht der SPD-Fraktion, dieser Vorlage, die ja eben genau diesen Plan vorsieht und die zusätzlichen Mittel für die BID einstellt, um diesen Plan umzusetzen, kann man dieser Vorlage nur zustimmen. In der Vorlage steht ja aber auch drin, dass auch das bereits eingeplante Geld, sowohl das, was wir jetzt heute beschließen, als auch das, was im Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters für den sozialen Wohnungsbau steht, noch nie ausreichen, um all diese Ziele zu erreichen. Eben insbesondere noch nicht ausreichen, um alle begonnenen Planungen bis zu einem sinnvollen Punkt weiterzuführen, von dem, wo man sie dann pausieren kann und wo man dann bei besseren Rahmenbedingungen wieder weitermachen kann. Und das ist der Hintergrund für den Änderungsantrag, den wir hier eingebracht haben. Und ich würde für den genauso um Zustimmung bitten und werben wie für die Gesamtvorlage. Ich glaube, dass wir insgesamt damit sowohl mit dem, was die BID jetzt macht und was die Geschäftsführung dort an Plan vorgesehen haben, als auch mit dem Schritt, den wir heute mit der Vorlage und unserem Änderungsantrag gehen können, nämlich die finanziellen Grundlagen dafür zu schaffen, einen Fahrplan entwickeln, wie wir den sozialen Wohnungsbau durch diese Krise bekommen, ohne dass er völlig zum Erliegen kommt und ohne dass er einen nachhaltigen Schaden nimmt. Und darum bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung Ergänzungsantrag. Freie Wähler, wird das Wort gewünscht? Nein. Nochmal SPD, das Wort gewünscht? Nein. Dann kommen wir zur FDP. Herr Blöthner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zusatzfinanzierung der Bauvorhaben der WID. Das ursprüngliche Konzept der WID war, Sozialwohnungen neu zu bauen, als Eigenkapital dafür die Grundstücke von der Stadt zu bekommen, zusätzlich die Landesförderung für die Sozialwohnungen und den restlichen Kostenanteil per Kreditfinanzierung zu tragen. Aufgrund der jetzt stark gestiegenen Baukosten und des Zinsanstiegs funktioniert dieses Konzept der WID jetzt nicht mehr wie geplant. Die erste Folge ist diese Vorlage, da zusätzliche Kosten, die jetzt für bereits im Bau befindliche Projekte entstanden sind, durch die Stadt zu decken sind. Es ist richtig, dass diese angefangenen Projekte jetzt fertiggestellt werden. Es macht jetzt keinen Sinn, dort irgendwie halbfertige Gebäude rumstehen zu lassen. Entsprechend werden wir der Vorlage auch zustimmen. Gleichzeitig ist es richtig, dass die WID, wie angekündigt, vorerst keine neuen Bauvorhaben anfängt und maximal angefangene Planungen fertiggestellt werden. Die Finanzierung der Planung sollte aber separat noch mal bedacht werden. Da müssen wir noch mal genauer drüber schauen. Deswegen ist der Ergänzungsantrag der SPD jetzt hier an dieser Stelle abzulehnen, weil das mal eben nebenbei, da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen genaueren Blick drauf und war jetzt auch von der WID ja noch nicht so zeitkritisch, dass wir das jetzt schon machen müssten. Entsprechend Ablehnung zu der SPD-Ergänzung. Dazu dann grundsätzlich zur WID. Das ursprüngliche Konzept geht jetzt nicht mehr auf. Entsprechend werden wir diskutieren müssen, was eine künftige Strategie sein kann. In der aktuellen Situation mit den Rahmenbedingungen ist das Abwarten erst mal die einzig richtige Entscheidung. Wenn Herr Schmelig wahrscheinlich gleich wieder die fehlende Strategie kritisiert, diese kann es zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht geben, weil die Änderungen der letzten Monate sind so gravierend, dass es jetzt sicherlich erst mal sich beruhigen muss und zwölf bis 18 Monate Zeit braucht, bis sich alles stabilisiert haben, wir hier die Diskussionen führen, wie es weitergeht und die Rahmenbedingungen sich dann hoffentlich stabilisiert haben. Die aktuelle Situation war weder planbar, noch kann man bei der aktuellen Unsicherheit sauber planen. Auch die Fragestellung, ob seitens der Landesfördermittel sich etwas ändert, steht aktuell im Raum. Aufgrund dieser Unklarheiten, gleichzeitig jetzt mit der anstehenden Prüfung der Vonovia-Bestände, kann es noch keine fertigen Antworten zur WID geben. Wenn man da was anderes fordert, hat man die aktuellen Unsicherheiten noch nicht verstanden. Als FDP werden wir aber auch künftig keiner weiteren vierten Säule aus dem städtischen Haushalt zustimmen, wie es mitunter gefordert oder diskutiert wird. Man sollte doch mal auf die Zahlen schauen und sich dann auch fragen, ob man an manchen Stellen vielleicht nicht besser fahren würde, anstatt dass die Stadt jetzt den Immobilienunternehmer gibt, ob man lieber einzelne bedürftige Familien dort fördert und höhere Mieten an einzelnen Stellen tragen kann, um die Verteilung über die Stadtteile besser hinzukriegen. Wie schnell es schiefgehen kann mit der Objektförderung bei diesem Wohnungsbau, sehen wir ja gerade und jetzt lernen wir das. Bei den Schuhschüssen, die für den Bau notwendig sind, wenn man da mal wirklich zusammenrechnet, was kostet seitens der Landesförderung, was zahlen wir jetzt teilweise als Kommune noch hin drauf, lohnt sich es doch mal, glaube ich, noch zukünftig der genauere Blick darin, ob es da nicht bessere Varianten gibt, um Sozialbedürftige da besser adäquat über die Stadt verteilt unterzubringen. Entsprechend aber zur Vorlage ist erst einmal alles richtig. Wir werden der Vorlage zustimmen. Das Abwarten der WED ist richtig. Und jetzt wird es unsere Aufgabe sein, in den nächsten 12 bis 18 Monaten die weiteren Optionen und den weiteren Vorgehen mit der WED zu planen. Dankeschön. Als nächste Fraktion Dissidenten, Herr Schmielig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Ja, Kollege Blöthner, das ist genau das richtige Stichwort. Das ist auch genau die Auseinandersetzung, die wir hier in diesem Stadtrat haben. Bekennen wir uns an dieser Stelle zum sozialen Wohnungsbau oder versuchen wir den sozialen Wohnungsbau im Angesicht der gegenwärtigen auch Baukrise quasi klein und heimlich zu beerdigen? Das ist die spannende Frage. Und da sage ich mal in aller Klarheit, ich möchte mich hier deutlich und klar zu dem bekennen, was dieser Stadtrat im März 2017 beschlossen hat. Im März 2017 haben wir nicht nur die WED gegründet, sondern haben auch Zielstellungen formuliert. Damals haben wir übrigens, nur mal so, um es in Erinnerung zu rufen, als Zielstellung formuliert, 800 Wohnungen bis Ende 2019. Also, ich sage mal, das ist ähnlich wie mit der Stadtbahn 2020. Also, da liegen wir weit hinter diesen Planungen zurück. Das hat Gründe. Wir haben immer wieder versucht, fehlende Grundstücke in die WED einzulegen und haben damals übrigens auch zu Recht geglaubt, dass unser Finanzierungsmodell funktioniert. Kredite, öffentliche Förderung und praktisch das Eigenkapital in Form von Wohnungen. Diese Grundbedingungen haben sich geändert und dem müssen wir uns stellen. Und deshalb hat Herr Blöder zu Recht auch schon angekündigt, dass sich das fehlende Finanzierungskonzept, nämlich das Finanzierungskonzept, dass wir künftig die vierte Säule brauchen für die Finanzierung von Wohnungen, hier einfordern muss. Weil nicht nur die Kapitalmarktbedingungen, sondern eben auch die Baukosten es nicht mehr ermöglichen, mit diesem alten Finanzierungskonzept unsere Planungen auch nur halbwegs zu realisieren. Zumal, und das sollte uns auch zu denken geben, die Realisierung von Wohnungen mit diesem alten Finanzierungsmodell plus jetzt auch noch für die neuen Wohnungen öffentlichen Mittel fast nicht mehr ausreichen, um einen Mietpreis zu realisieren, der den KDU-Konditionen entspricht. Und wenn man so tut, als ob alle das Problem haben, dann stimmt das grundsätzlich. Aber an der Stelle muss in Erinnerung gerufen werden, dass die Situation hier ganz besonders der jungen Wohnungsbaugesellschaft WED natürlich damit zusammenhängt, dass im Gegensatz zu anderen Städten, wie zum Beispiel Leipzig, dort kann man Eigenkapital auch aus refinanzierter Abschreibung finanzieren. Die Möglichkeit haben wir nicht, weil die WED ist nach dem Totalverkauf der Wober ja als Neugründung installiert worden. Also, und das auch noch mal als dringende Bitte an den Oberbürgermeister, wir brauchen eine Entscheidung und eine Diskussion im Stadtrat, nicht wie klamm und heimlich die Wohnungsbautätigkeiten auf Eis gelegt werden, sondern wie wir künftig unsere Ziele, zu denen sich auch der Oberbürgermeister hier im Stadtrat, aber auch im Wahlkampf eindeutig bekannt hat, wie wir die künftig auch realisieren können mit unter Einbeziehung einer finanzierenden Finanzierungssäule. Diese Debatte brauchen wir und dazu brauchen wir auch eine grundsätzliche Entscheidung und ich hoffe, dass die Verwaltung an dieser Stelle und Sie, Herr Oberbürgermeister, uns dann auch in Kürze noch mal mit einer Vorlage beglücken, denn so klar es ist, dass wir dieser Vorlage zustimmen müssen, so klar ist es auch, dass wir gegenwärtig Stückwerk betreiben, so nach dem Motto, wo fehlt es denn gerade mal und wie können wir denn diese Lücke decken und das werden wir nur dann in den Griff bekommen, wenn wir unseren kommunalen sozialen Wohnungsbau auf eine neue Finanzierungsgrundlage stellen, dass dort auch das Land, der Freistaat, eine wichtige Rolle spielt und dass dort auch gerade Diskussionen laufen, lieber Thomas Löser und ich weiß, du setzt dich ja da auch sehr massiv ein, ist bekannt und dass wir auch keine Entscheidung in einem Jahr bekommen oder im halben Jahr bekommen, ist auch klar, ändert aber nichts an der Tatsache, lassen Sie uns die WED nicht abwickeln, sondern wirklich weiterentwickeln und dazu brauchen wir eine gesicherte Finanzierung auch der Vorhaben, die jetzt praktisch auf Eis liegen. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Bündnis 90 die Grünen, Herr Löser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Oberbürgermeister, lieber Johannes, extra für dich jetzt noch mal die kleine Runde. Ja, ich erinnere mich auch sehr gern an diesen Tag, damals 2. März 2017, Gründung der WED. Wir hatten sehr, sehr große Hoffnung. Wir haben erzählt, wir bauen innerhalb weniger Jahre 5.000 Wohnungen. Wir wissen alle, dass das zu weit gesprungen war. Trotzdem sage ich, diese WED-Gründung ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben von fast 0 bis heute 800 Wohnungen in dieser Stadt bei der WED am Ende des Jahres genau 791. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Das sind 791 Wohnungen, die voll belegt sind, wo Leute drinnen wohnen, Familien drinnen wohnen, Kinder logischerweise auch, Einzelne, die eben diesen Wohnraum brauchen. Und das ist ein zentrales Projekt der Sozialpolitik, so habe ich es zumindest immer verstanden, in dieser Stadt. Deswegen unterstützen wir Grüne das natürlich auch weiter. Und ich will noch mal sagen, selbst vor dem Hintergrund dieser massiven Krise, die wir gerade haben, 2022 werden immer noch neun Standorte fertiggestellt, ohne diese Vorlage. Das sind noch mal 281 Wohnungen, die hier dazukommen. Und es ist gesagt worden, wir haben eine riesige Krise, eine multiple Krise, die natürlich den Bausektor erreicht. Das ist Energie, das ist das Handwerk, das sind natürlich die Lieferketten, das sind die Zinsen, das sind die Baukosten, das alles ist momentan in einem Zustand, der nicht mehr normal ist. Der gesamte Bausektor ist in einer massiven Schieflage und nicht nur im öffentlichen Bereich, bei den Genossenschaften, sondern natürlich auch bei den privaten. Wir werden das erleben, es werden Baustellen schließen und wir alle wissen noch nicht, wann die wieder sozusagen die Tore öffnen. Und es wäre auch sehr komisch, wenn das an der WED irgendwie spurlos vorbeiginge oder wenn das um Dresden einen Bogen machen würde. Wir haben die fatale Situation, dass momentan alle aktuellen Projekte der WED, das sind 23, 24, 470 Wohnungen auf Eis gelegt sind. Sämtliche Projekte sind eingestellt. Das ist die Situation und die WED-Geschäftsführung bittet uns jetzt, dass wir wenigstens die drei Bauvorhaben, die gerade aktuell gebaut werden, fertiggestellt werden können. Das müssen wir unbedingt tun, damit diese drei Standorte, ich nenne sie mal, Fröbelstraße 62, Wohnungen, Schrammsteinstraße 20 und Dopplerstraße 13, die müssen wir jetzt fertig bauen. Die stehen ansonsten als Bauruinen rum und das will in Dresden natürlich niemand. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir in Zukunft mit der WED umgehen. Es ist von verschiedener Seite, Michael Schmählich hat es gesagt, auch benannt worden, auch von anderen. Wir müssen darüber grundsätzlich diskutieren, weil die Grundannahmen, die wir hatten, eben nicht mehr funktionieren. Und da ist natürlich auf der einen Seite das Land gefragt und da sitzen wir auch zusammen, auch mit Ingo Flemming, im zuständigen Ausschuss und reden mit dem Ministerium und sagen Minister Schmidt, was da los ist. Er weiß das auch. Die Fördersätze müssen dringend angehoben werden. Es gibt auch Signale seitens des Ministeriums, dass das unmittelbar jetzt erfolgt. Aber wenn man die Vorlage genau liest, sieht man auch, das reicht nicht. Es wird nicht reichen. Selbst mit dieser Anhebung der Fördermittel wird die WED keine weitere Wohnung bauen können. Wir brauchen also darüber hinaus andere Fördersäulen und darüber müssen wir reden. Da kann die Stadt zuschießen, da kann das Land Baukostenzuschüsse verteilen. Aber da sage ich mal, sehe ich momentan die Signale nicht so, dass das übermorgen passiert, was ich bedauere. Und genau deswegen ist es richtig, dass wir über die Zukunft der WED hier gemeinsam reden. Ich glaube, wir sollten, wie wir damals diese WED gegründet haben und wie wir mittlerweile, wie ich fand, auch sehr breit übergreifend einen Konsens haben, dass wir diese WED brauchen, sollten wir das auch weitertragen in diesem Stadtrat. Und zwar nicht mit knapper Mehrheit, sondern mit einer breiten Mehrheit, dass wir diese soziale Aufgabe absichern. Denn, lieber Kollege Blödner, da habe ich wirklich eine andere Haltung. Ich glaube, jede Wohnung im genossenschaftlichen oder im gemeinnützigen oder als Sozialwohnungsbestand in einer Stadt ist gut für eine Kommune. Wir sehen das an Wien. Wien ist in der Lage, preisdämpfend auf den Mietenmarkt einzuwirken, eben mit diesem sehr großen Bestand. Und die Wiener machen das schon sehr, sehr lange, viel länger als wir in Dresden. Ich meine, wir wissen alle, wir haben mal auch Sozialwohnungsbestand gehabt, den wir dann verkauft haben. ist vorbei. Ich glaube, jede Sozialwohnung, jede genossenschaftliche Wohnung ist gut für eine Stadt. Deswegen unterstützen wir das als Grüne und wünschen uns sehr, dass wir hier gemeinsam eine Lösung auch für die WD in Zukunft finden. Vielen Dank. Applaus Okay, nächster Redner wäre dann Herr Gielke, AfD-Fraktion. Sehr geehrte Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Ich möchte daran erinnern, dass die AfD-Fraktion der WID von vornherein ablehnt den Gegenüberstand, weil wir wussten, dieses Projekt wird zum Chaos. Wir erleben im Augenblick, dass genau das passiert ist. Und eigentlich hatte ich das ein bisschen anders strukturiert, aber Herr Löser, Sie haben das schon ganz richtig gesagt, genossenschaftliche Wohnungen sind gut für die Kommune. Erinnern Sie sich mal daran, Sie waren auch in der letzten Legislatur schon Stadtrat, Was wurde alles getan, um die WID zu installieren? Man hat damals einige Grundstücke nicht verkauft, zum Beispiel an Genossenschaften, das waren mehrere tausend Quadratmeter. Es hat andere Projekte verhindert und gehindert. Projekte, die heute, mit dem Stand heute, 1500 Wohnungen gebracht hätten und Sie erzählen uns hier, 791 Wohnungen, die da gegenüberstehen, seien auch ein Erfolgsobjekt, Projekt. Nein, das ist es nicht. Nicht mal die Hälfte und das ist kein Erfolg. Wir haben hier eine Anlage 1, auf die gemäß abgeschlossen werden soll. Es gibt auch eine Anlage 2. Warum? Unklar. Wir haben hier verschiedene Summen. In der Anlage 1 4 Millionen 11 Bauten von 18.000 bis 797.000 Euro. In der Anlage 2 gibt es nochmal 12,1 Millionen Euro. In der Gesamtsumme sollen es wieder 13,5 Millionen sein. Es ist ein absolutes Durcheinander in dieser Vorlage. Und das Problem, was wir eigentlich haben, die WID hatte eigentlich zwei große Themen. Zum einen sollte die die Wohnungsnot behenden. Eine Wohnungsnot, frage ich mich, wo ist diese Wohnungsnot? Gehen Sie in der Altstadt spazieren, da finden Sie viele freie und leere Wohnungen. Hochpreisig, hochpreisig, ich weiß, lassen Sie mich ausreden. Gehen Sie in Striesen spazieren, da werden Sie auch viele freie Wohnungen finden, normale Wohnungen für Normalverdiener. Gehen Sie in Prolis spazieren, und da brauchen Sie keine Angst haben. Prolis ist ein sehr schöner Stadtteil. Auch da sind sehr viele Wohnungen frei. Und wenn es partout nicht reicht, dann gehen Sie in Strehlen spazieren. Auch da finden Sie Wohnungen unsanierte Platte. Sicher nicht schön, aber sehr günstig. Die Wohnungsnot als solches existiert nicht. De facto. So, gucken wir es uns doch mal kaufmännisch an. Ein Unternehmen, was so arbeitet, in der Situation, wie jetzt die WID ist, wäre eigentlich Insolvenzanmeldung. Nötig. Zwingend nötig. Eigentlich könnten wir schon von einer Insolvenzverschleppung so her sprechen. Und Sie sprechen immer uns den sozialen Charakter ab. Sie diskutieren über ein Euro für Kinderessen. Und das fällt Ihnen schwer, und das lehnen Sie ab, unseren Antrag von vorn. Aber Sie verschießen hier mehrere Millionen Euro ins Nichts. Dieses Geld kommt nicht bei der Allgemeinheit an, wird aber von der Allgemeinheit genommen. Und das macht man nicht. Wenn Sie sozial sein wollen, dann geben Sie doch lieber das Geld den Kinderessen. Die Wohnungen, die Sie da haben, wie gesagt, das Doppel der Wohnungen hätten wir schon da gewesen. Die WID ist kein Erfolgsprojekt. Es ist ein Desaster. Und wir lehnen es ab, wie wir es immer abgelehnt haben. Vielen Dank. Okay, in der Fraktionsrunde gehen wir weiter mit Ingo Fleming, danach Herr Wirtz. Ich habe nachgefragt, wie ich ihn denn nun ansprechen soll, als amtierenden Oberbürgermeister, amtierender Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Bildungsbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Wirtz, 2017 wurde die WID gegründet. Kollege Löser hat es schon erwähnt. Wir als CDU waren davor sehr skeptisch gegenüber dieser Idee, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass man mit so einer Gesellschaft Risiken eingehen wird. Wir haben dann unseren Frieden da mitgemacht. Ich selber bin der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende dieser Gesellschaft. Wir haben uns als CDU auch immer für den sozialen Wohnungsbau bekannt. Und es ist auch kein schlechtes Modell, Fördermittel von Bund und Land zu verwenden, um Wohnungen zu schaffen, sie in der Verfügung der Stadt zu haben und damit natürlich einen Baustein zu liefern, auch dämpfend auf Mietpreise einzuwirken. Aber jetzt hat uns natürlich das ereilt, was jeder an Risiko trägt, der sich in unternehmerisches Handeln begibt. Das sind die unternehmerischen Risiken. Und genau das ist jetzt hier eingetreten, unvorhergesehen, aber mit Wucht. Und das heißt, die Baukosten steigen, es wurde alles hier schon erläutert, die Zinsen steigen an, das Modell wurde auch schon erläutert, was bisher getragen hat, trägt nicht mehr. Und das heißt, wir müssen jetzt diese unternehmerische Verantwortung dann auch wahrnehmen und müssen der Gesellschaft bei diesen steigenden Kosten unter die Arme greifen. Keine andere Möglichkeit gibt es. In diesem Zusammenhang kann man das vielleicht eben hier auch mal zielführend als alternativlos bezeichnen. in diesem Jahr 4,5 Millionen, im nächsten Jahr weitere 5 Millionen, im Jahr 2024 4 Millionen. In der Summe stehen in dieser Vorlage heute 13,5 Millionen. Dafür könnte man unter Umständen auch eine veritable Schule bauen oder andere Dinge. Das heißt, das tut weh. Das tut richtig weh, dieses Geld jetzt dafür ausgeben zu müssen. Wir müssen in den sauren Apfel beißen. Aber wir als CDU, und das will ich hier gleich mit anfügen, sind jetzt nicht bereit, und das bezieht sich auf den Änderungsantrag der SPD, weitere 2,8 Millionen Euro da jetzt nochmals oben drauf zu legen. Ja, es ist so. Die städtische Wohnungsgesellschaft will und soll die Planungen für künftige Projekte weiter vorantreiben bis zur Genehmigungsreife. Und dafür wären, wenn man alle anstehenden in der Pipeline befindlichen Projekte betrachtet, weitere 2,8 Millionen nötig, aber in dem Portfolio der 13,5 Millionen sind 3,5 Millionen dafür da. Das heißt, von diesen 13,5 Millionen sind 3,5 Millionen im Moment vorgesehen für diese Planung zukünftiger Projekte genehmigungsreif zu machen, damit man dann, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten sich verändert haben, wenn eine vierte Finanzierungssäule möglich ist, aus unserer Sicht durch Förderprogramme und nicht aus städtischem Geld, damit es dann zügig weitergehen kann. Aber diese 3,5 Millionen, die sollen erst mal verplant werden. Und wenn man dann an die Stelle kommt, dass man dafür weitere Planungsmittel benötigt, dann können wir immer noch mal reden, aber im Moment wollen wir als CDU auf diese 13,5 Millionen nicht noch mal 2,8 Millionen drauf tun. Und vielleicht ein Wort in Richtung Herr Gilke. Also Herr Gilke, wenn Sie hier in dieser Situation von Insolvenzverschleppung reden, dann zeigt das, wie wenig wirtschaftspolitische Kompetenz bei der AfD vorhanden ist. Soviel vielleicht dazu. Wir werden als CDU-Antrag schweren Herzens dieser Vorlage zustimmen, weil wie gesagt 13,5 Millionen aus dem städtischen Haushalt sehr, sehr viel Geld sind, aber es würde alles sehr viel teurer und sehr viel ungünstiger werden, wenn wir diesen Schritt jetzt nicht gehen, denn das haben wir in der Finanzkrise um 2010 ja gelernt. Dort sind Projekte angehalten worden, auch öffentliche Bauvorhaben und das war dahinter alles so viel teurer, dass man die Schlussfolgerung ziehen kann, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, Unterbrechungen zuzulassen und auch die Rückzahlung von Fördergeldern, die eventuell bei nicht fertiggestellten Projekten dann nötig wären, die wären viel, viel schlimmer als die Entscheidung, zu der wir uns jetzt durchringen müssen. Wir werden der Vorlage zustimmen. Nächster Redner wäre Herr Wirz. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadtränen, liebe Stadträte, wir befinden uns in einer außerordentlichen Situation, das ist schon gesagt worden und die 13,4 Millionen, die wir jetzt in die WED geben, die bringen uns nicht um. Sie helfen der WED, ihre Ziele im Wohnungsbau zu verwirklichen, zu beenden und sie helfen dann auch, im Prinzip bei diesen Wohnungen auch hunderten Dresdnerinnen und Dresdnern eine günstige, neu gebaute Sozialwohnung zu finden. Es ist überhaupt keine Lösung, wie Herr Blöden es gesagt hat, das Geld zu nehmen und es im Prinzip im Sinne einer Mietersubvention den Mieterinnen und Mietern zu geben, weil dadurch die Exzesse am freien Immobilienmarkt noch angeheizt werden würden und die Preise dort noch mehr durch die Decke gehen würden. Also das ist im Prinzip eine vollkommen falsche Strategie. Wir müssen sehen, dass wir mit städtischen Wohnungen selbst Gestaltungsspielraum bekommen. Außerdem hat, und das ist von Anfang an, das hat schon im Prinzip linker Umtriebe der unverdächtliche heutige Finanzminister und damalige Finanzbürgermeister Vorjohan gesagt, wir schaffen mit der WED für Dresden bleibende Werte, ohne einen Cent dazu zu bezahlen. Wir machen folgendes, wir nehmen städtische Grundstücke, legen die in die WED ein, schießen einige Projektentwicklungskosten vor. Dann zugegeben, haben wir der WED geholfen, Grundstückslasten zu beseitigen, die wir im Prinzip im sozialen Wohnungsbau nicht abbilden können. Das sind aber unsere eigenen Zugeständnisse gegenüber Betroffenen gewesen. Anschließend machen wir eine geniale Immobilienfinanzierung. Wir nehmen nämlich 30% Fördermittel vom Freistaat. Der Freistaat nimmt sie vom Bund. Das ist nämlich das Geld, was der Bund für den sozialen Wohnungsbau zweckgebunden an die Länder gibt. Und was das Freistaat zurückzahlen müsste, wenn er sie nicht für den sozialen Wohnungsbau verwenden würde. Das muss man auch dazu sehen, wäre sie für Sachsen verlorenes Geld, was hier nicht auch in die Wirtschaft gehen würde. Und 70% im Prinzip Kredite, noch zu einem sehr günstigen im Prinzip Zinssatz, Kommunalkredit. Und dieser Kredit wird durch die Mieterinnen und Mieter dieser Sozialwohnung abbezahlt. Dort finanziert sich diese Miete eben selbst. Und solange diese Wohnungen vermietet sind, und da kann man mal sagen, dass im Prinzip bis auf ganz wenige Einzelwohnungen, die noch nicht vermietet sind, eigentlich von einem Zustand der Vollvermietung ausgegangen werden muss. Und das ist ein riesengroßer Erfolg für die WED. Und das zeigt auch, wie notwendig diese WED ist. Es haben einige gesagt, sie stimmen hier nur, gerade von der rechten Seite des Stadtrates, sie stimmen hier nur unter Bauchschmerzen zu. Das glaube ich ihnen erstens nicht, weil sie genauso sehen, dass wir im Prinzip zeitgemäße Wohnungen schaffen, die im Prinzip einen sehr großen Wertstandard haben, die einen sehr großen energetischen Standart haben, die im Prinzip Sozialwohnungen sind, aber eben dem modernsten Planungsstand entsprechen, damit auch unser Anlagevermögen bereichern. Und des Weiteren haben wir ja noch Folgendes vor, die WED soll ja im Prinzip demnächst 3.000 Wohnungen, sich aus 6.000 Wohnungen, wie wir in der Zeitung lesen konnten, der Vonovia auszusuchen. Und ich sehe gerade, wenn es dann darum geht, für Wohnungen, die nicht dem modernsten Standort entsprechen, die im Prinzip sanierungsbedürftig sind, einen Mondpreis vielleicht der Vonovia zu bezahlen, das dann mit fliegenden Fahnen zugestimmt werden wird, weil die Vonovia eben auch ein bisschen Geld braucht, um ihre horrenden Dividenden auszahlen zu können. Und da sehe ich dann schon wieder, dass sie da im Prinzip alles vergessen und einen wesentlich höheren Preis bezahlen werden. Insofern ist es jetzt vernünftig. Übrigens auch gesagt worden, die WED wäre gescheitert, weil wir noch nicht so viele Wohnungen haben, aber gerade die Strategie, auf Sicherheit und auf Qualität zu achten und nichts zu überstürzen, zeigt sich in der Krise, dass wir mit einer relativ überschaubaren Nachzahlung hier Projekte fertigstellen können. Wir haben keine Großprojekte, die jetzt notleidend sind. Wir können alles fertig bauen, es wird nichts unfertig bleiben und es zeigt auch, dass die WED extrem risikoaffin reagiert, indem sie sagt, wir fangen in dieser unübersichtlichen Situation, wo es nicht darum geht, was uns der Bau kostet, sondern auch um die Verfügbarkeit von Kostensicherheit, die derzeit überhaupt nicht gewährleistet ist. Wir machen eine Pause, wir warten ab, bis sich das Wetter verbessert hat, um dann weiterzubauen. Dazu ist es auch günstig weiter zu planen, um weiter handlungsfähig zu bleiben. Machen wir uns nichts vor, der soziale Wohnungsbau ist erst erledigt, wenn niemand mehr Anspruch auf eine Sozialwohnung hat, wenn alle so wohlhabend sind, dass sie sich am in Dresden nicht ab. Er ist sehr teuer, gerade die freien Wohnungen in der Innenstadt sind im Prinzip schon für mittlere Einkommen nicht erschwinglich. Insofern ist es hochvernünftig, dass wir Häuser bauen und dazu zu sagen, dass hier die WED pleite wäre, wer keine Bilanzen lesen kann, sollte, ist im insofern wahrnehmen, dass sie sagt, wir können das nicht verantworten und treten auch aus diesem Aufsichtsrat aus, aber das tun Wünscht. Nein? Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht, da würden wir zur Abstimmung kommen. Zuerst stimmen wir über den Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion ab. Wer hier sein Stimmzeichen abgeben möchte, den 34 Ja, 28 Nein, damit angenommen und den so ergänzten Ausschussbericht würde ich jetzt zur Abstimmung stellen. Ich bitte um das Abstimmungszeichen. 49 Ja, 8 Nein, 7 Enthaltung damit so bestätigt. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und ihr wisst ja gar nicht, ob hier der Zwillingsbruder sitzt.